Wer bin ich? Und muss ich erst sterben, um zu leben? Diese Fragen stellen sich viele. Und ja, früher oder später kommt jeder mal an einen Punkt, wo er zusammenbricht und sein Schicksal in Gottes Hände legt. Und unser heutiger Gast hat genau das erlebt. Und er ist gekommen, um den Menschen in ihrem Bewusstseinsprozess zu helfen. Einer von zwölf. Vom Geistwesen zum Lichtwesen. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Christoph Klaunzer. Jawohl, hallo Peggy, schön, dass Sie hier sein darf. Puh, das war jetzt eine Anmoderation, die hat schon ein Feld aufgestoßen. Und ich hatte mir vorher überlegt, das erinnert mich die ganze Zeit an Falco. Du bist Österreicher und Falco hat damals gesungen Out of the dark, into the light. Kannst du dich erinnern? So ist es. Sananda, um ihn zitieren zu dürfen, bringt es ja mehr als perfekt auf den Punkt. Durch die Dunkelheit ins Licht. Und so ist es tatsächlich. Also du mit deiner Erfahrung. Steigen wir doch gleich mal ein. Was sagst du? Muss man, um ins Licht zu kommen, durch die Dunkelheit erst gehen oder gibt es da einen Umweg? Leider nicht. Leider nicht. Weil die meisten von uns so in der Materie gefangen sind, verführt worden sind von allem, was diese Welt zu bieten hat. Und leider braucht es immer den bekannten Tritt in den Allerwertesten, um draufzukommen, wer wir wirklich sind. Und bei mir hat es sehr viele Tritte gebraucht, um draufzukommen, wer ich wirklich bin. Das Gefühl war immer da, dass so, hallo, hoppla, irgendwas passt nicht so ganz. Nachdem, dass ich aber meine Ohren nie gespitzt habe und nie auf die ganzen Zeichen der Zeit geachtet habe, ist es immer schlimmer, immer schmerzvoller, immer leidvoller geworden. Und ohne den Schmerz, ohne diese Dunkelheit wäre ich nicht da, wo ich heute bin und könnte nicht davon sprechen, dass ich weiß, dass es Gott gibt, dass es keine Zufälle gibt und dass alles nichts ohne Grund passiert. Was war denn so dein tiefster, tiefster Punkt, wo du sagst, da war ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, Team, wer auch immer da jetzt hier ist, ich gebe jetzt hier auf, ich gebe alles in eure Hände, mir ist jetzt alles scheißegal, da befreit mich. Da muss ich jetzt etwas ausholen, um das Ganze vielleicht bis auf den Punkt bringen zu können. Und zwar, es war am Ende von meinem Studium, ich war gesundheitlich sehr angeschlagen Ich will es eine Krankheit nennen, weil Krankheit gibt es in meinen Augen nicht. Das waren Heilungssymptome und so weiter und so fort. Bin dann zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr überfordert gewesen mit den ganzen Symptomen. Hab immer die Hilfe im Außen gesucht, hab nicht mir selber vertraut. Bin dann von Arzt zu Arzt zu Arzt gerennt, hab meines Wissens nach mindestens 30 oder 40 Ärzte aufgesucht, in Österreich bei uns, in Nordtirol, Wien. Ich war in der Schweiz in der Paracelsus-Klinik. Ich bin nach Deutschland gereist. Ich hab meine Zähne rumdoktern lassen und so weiter und so fort. Und mit jedem Eingriff ist es nur noch schlimmer geworden. Weil anstatt dem Körper die Ruhe zu geben, ihn in der Heilung zu unterstützen, hab ich meinen Blick immer nach außen gerichtet. Was war das Hauptsymptom, worunter du gelitten hast? Warum du so viele Ärzte konsultiert hast? Schwer zu sagen. Ach so, es war überall. Ja, schwer zu sagen. Es hat den ganzen Körper betroffen, wirklich. Es ist als pfeiferisches Drüsenfieber dann diagnostiziert worden, irgendwann beim 20. Arzt oder so. Und die Symptome sind da immer sehr mannigfaltig. Also es betrifft wirklich Schwindelanfälle. Man hat teilweise das Gefühl, die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren. Herzstolpern, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen. Also es war von A bis Z, was man sich an Symptomen nur vorstellen kann, wirklich alles dabei. Und da der Körper die Sprache Gottes ist, weil die geistige Welt hat leider, was heißt leider, aber zumindest mit der Möglichkeit, sichtbar neben uns zu sitzen und zu sagen, hey Christoph, da passt irgendwas nicht. Also du musst umkehren, da ist deine Aufgabe. Ich glaube, verwendet sie halt den Körper als Sprache, um uns aufmerksam zu machen, dass irgendwas nicht passt. Aufgrund der Kontrollverlust über meinen Körper und der zunehmenden Stärke der Symptome, vor allem dann mit dem Arztbesuch, habe ich irgendwann dann keinen Helfer mehr gewusst und habe dann gespürt in mir, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich mit der Recherche begonnen habe, über alternativmedizinische Mittel und so weiter und so fort. Und da gibt es ja von A bis Z wirklich alles. Hab dann... Man probiert ja noch alles, ne? So ist es. Früher oder später zumindest. Ich habe schon große Hemmungen gehabt, muss ich ehrlich zugeben, vor allem vor gewissen Dingen, weil wenn man YouTube oder Dr. Google informiert oder da auf Informationssuche geht, dann gibt es ja zu allen Sachen immer die Seite und diese Seite. Und wenn man sich dann oft wie beispielsweise CDS-MMS über gewisse Dinge informiert, dann hat man ja das Gefühl, dass man innerhalb von zwei Sekunden dort umfällt. Hab die Erfahrung machen dürfen, dass es nicht so ist. Hab dann aber wiederum, als der Körper in die Heilung gegangen ist... Also MMS ist dieser organische Schwefel, ne? Ne, ne, das ist Miracle Mineral Solution. Ah. Von Inkan Schweizer, von Jim Hummel ursprünglich, ins Leben gerufen, von Andreas Kalker. Das ist so eine, die mildere Lösung davon, Chlordioxidlösung. Um das geht es jetzt nicht, sondern... Okay, aber okay. Nur zum Verständnis. Okay. Hab mir dann, hab mein Körper zu wenig Vertrauen geschenkt, hab ihm wieder nicht die Ruhe gegeben und hab immer weiter, immer weiter, wie ein kleines Kind, also hab gefühlt hundertmal auf die Herdmatte gegriffen und hab noch immer nicht kapiert, dass das sehr, 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 sehr schmerzhaft ist. Und als dann vermutlich die geistige Welt und Gott irgendwann gemerkt hat, okay, jetzt müssen wir uns ganz was besonders einfallen lassen, weil derjenige, der ist einfach so taub, der versteht einfach nicht, um was es geht, der fühlt nicht, genau. Ich war einfach viel zu viel Verstandesebene, viel zu wenig im Herzen und mein Herz hat zwischendurch echt sehr laut geschrien, aber es war unmöglich. Es war irgendwie wie paralysiert, wie bewusstlos, es war einfach kein Zugang zu mir da, zu meinem wahren Ich, zu meinem wahren Sein. Hab dann schlussendlich noch einmal CDS in Kombination mit DMSO, das ist die Schwefelverbindung, versucht, und der Warnung eines Arztes aus Deutschland zum Trotz, der mich gewarnt hat, dass CDS und MMS Nebenwirkungen haben können, starke Nebenwirkungen. Ich weiß, dass ich da jetzt in einer Wespennest stich, weil in der Welt der alternativen Heilmittel gibt es bei CDS und MMS keine Nebenwirkungen. Das stimmt aber nicht, wie ich leidvoll selber erfahren habe müssen und hab dann eben die Kombination aus CDS und DMSO, aber immer nur ganz, ganz wenig, weil ich war schon als kleines Kind immer schon sehr, sehr feinfühlig und ich hab bei vielen Dingen einfach nur viel die kleinere Dosis gebraucht, um wirklich eine Reaktion zu erledigen. Aber bei den Symptomen hast du große Dosen gebraucht, da warst du nicht so feinfühlig. Naja, aber das ist wieder der Widerspruch in uns. Ja, das ist die Materie. Das ist die Materie. Wir sind so gebunden an dem Ganzen und uns fällt es so schwer loszulassen von den ganzen Annehmlichkeiten, auch weil wir im Gefühl sind, dass das alles ist, dass nur das und unser Körper uns auszeichnet und sonst nichts. Also du hast dann so ein Cocktail probiert. Genau. Selbstgemischt. Selbstgemischt. CDS bekommt man fertig zu kaufen und dann lehme ich so genauso und hab das nach Anleitung, nachdem ich YouTube und Dr. Google doch etwas mehr vertraut habe, zumindest der Pro-Seite, nicht der Contra, das selber gemischt. Hab das Glas getrunken und ein zweites Glas am nächsten Tag und hab dann innerhalb kürzester Zeit von 48 Stunden extremes Kopfbrennen entwickelt. Also nicht machen, liebe Zuschauer. Nicht machen. Das ist der Warnhinweis für Nebenwirkungen. So ist es. Wie gesagt, ich will niemanden absprechen. CDS und MMS, ich kenne es aus Erfahrungsberichten in meinem Umfeld, das kann Wunderdinge bewirken. Also ich habe aus Bekanntenkreis miterfahren, dass ich Tumore im Kopf behandeln kann, ohne Heilversprechen. Ich habe es miterlebt. Genauso Kinder, autistische Züge sind da mit verschwunden. Also wie bei vielen Dingen, es hat alles immer die Vorderseite und die Kehrseite der Medaille. Bei mir wohl es, bitte? Aber bei dir? War es die Kehrseite der Medaille. Und trotz eben der Warnung eines sehr routinierten, um die 70 Jahre war der Arzt aus Deutschland, zum Trotz habe ich es eben da nicht sein lassen können und eben diesen letzten Versuch gewagt, weil ich total verzweifelt war und einfach nicht mehr gewusst habe, wo oben und unten ist. Wir haben auch keinen Helfer mehr gewusst, weil die Symptome, der Kontrollverlust über den Körper, die Schwindelgefühle immer stärker waren. Du warst auch schon so sehr daran gewöhnt, dass alles nicht funktioniert, dass du vielleicht genau deswegen das erschaffen hast. Kann ja auch sein, dass es nicht funktioniert und du eine wichtige Erfahrung jetzt machst. Zum einen und zum anderen hat es wirklich diese Symptome gebraucht, um endlich mal hinzusehen. Meine ich doch. Hat es wirklich gebraucht. Das war der Oberarstritt, den wir bekommen haben. Er schnallt eh nicht, also geben wir ihm noch mehr Leid jetzt und jetzt aber die richtige Bombe. Und dann habe ich ihm das Kopfbrennen entwickelt und das Kopfbrennen, das war zu Beginn in den ersten Wochen noch aushaltbar, weil ich mit Schmerzen umgehen kann, aufgrund von Schicksalsschlägen in der Familie und so weiter. Da habe ich noch nicht so viel den ganzen bei gemessen und ja, okay, dann soll es halt so sein. Aber dann ist es von Tag zu Tag schlimmer geworden und ich habe wirklich, ich habe nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Und umso stärker die Schmerzen waren, umso mehr habe ich dann, wie soll ich sagen, umso mehr habe ich dann den ganzen Vertrauen geschenkt, dass es nicht zufällig passiert. Es ist dann knapp ein Jahr lang so gegangen, ich war zwischendrin knapp davor oder zumindest dann mit den Gedanken gespielt, mir was anzutun, wollte mich aufgrund dessen einweisen, um dem vorzubeugen. Ich habe das dann nicht gemacht, weil ich ja einen gewissen Stolz habe und wenn man irgendjemandem erzählen muss, man war in der Klapse in unserer, an der Materie, an der weltlichen 3D, wie sagt man denn, 3D-Welt, erzählt man ja niemandem gern, zumindest im deutschsprachigen Land nicht. Ja, da sitzen ja viele, die auch verkannt sind, ne? Und viele, die nicht dahin gegangen sind, haben auch ihn an der Klapse. Also wo ist das schon? Zumindest wurde es uns so beigebracht. ich habe es dann schlussendlich. Aber ich kenne das, das, okay, also bin ich der Einzige. Nein, ich wette, das können viele nachvollziehen, dass man am Punkt stehen kann, wo man denkt, jetzt kannst du mich abholen. Sehr gut. Ja, habe es dann schlussendlich nicht machen lassen, bin dann in meiner Ärzte-Odyssee irgendwann zu einem Neurologen gegangen, habe mein Kopfbrennen untersuchen lassen und war dann schon der Meinung, so, jetzt erfahre ich beim Kontrolltermin, also beim zweiten Termin, wo die Ergebnisse besprochen worden sind, dass mein Gehirn verbrennt worden ist und dass im Kopf mehr oder weniger die Hälfte beschädigt ist und habe dann von dem Arzt erfahren, dass nichts ist, dass alles in bester Ordnung ist und das war dann der Zeitpunkt, wo es bei mir irgendwo gekippt ist, wo irgendwas in mir das Herz stärker geworden ist, das Geistige stärker geworden ist und gewusst hat, okay, also wenn das dann so sein soll, dann soll es so sein und mit diesem soll es so sein, ist, also dann ist es echt Schlag auf Schlag gegangen, dann ist es... Dann hast du irgendwas akzeptiert in der Tiefe, Vermutlich. Und hast vielleicht auch die Illusion des Schmerzes erkannt? Ich gehe davon aus, ja, weil Krankheit, wie ich mittlerweile weiß, und Schmerz, das ist... Also hast du an etwas gelitten, was gar nicht da war? Kann man das so sagen? Naja, das Kopfbrennen habe ich mir nicht eingebildet, also das war schon sehr real, vermutlich zum Teil selber erschaffen. Und danach war es plötzlich ganz weg? Nee, 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 das ging nur weiter. Es hat dann circa noch zwei, drei Monate gedauert, es hat dann irgendwann so einen Bieg gegeben von einem extremen Kopfbrennen und an dem Punkt ist es dann leicht nach unten gegangen, so immer wochenweise immer weniger waren, aber trotzdem zwischenzeitlich noch immer auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 10 und habe dann da Erfahrungen der dritten Art machen dürfen. Also das war dann, das war kurios, kurios am kuriosischen, das war wirklich in der Zeit, wo ich gemeint habe, so jetzt wird es besser, ist eigentlich, haben sich Tore geöffnet, von denen man nicht annähernd sich vorstellen kann, dass es die gibt. Also ich habe da ja, eben Erfahrungen der dritten Art gemacht, ich habe Reptos gesehen, ich habe Schlangen in den Menschen erkannt und das Allerschönste, ich habe zweimal eine Jesuserscheinung gehabt und das war mit das Schönste, was man sich also überhaupt nur vorstellen kann. Sieht das so aus, wie er überall abgebildet ist? Bei weitem nicht so Babyface-like, also viel Du meinst nicht so hübsch? Ja, es liegt im Auge, das Betrachter. Ja, du sagst Babyface, da habe ich immer so einen Schönling da irgendwie. Aber das ist jetzt Spaß beiseite. Wie hast du ihn denn wahrgenommen als Erscheinung? Also viel kantigeres Gesicht, den drei Tage, der fünf Tagesbad, den hat er, das stimmt so, schulterlanges Haar und ja, sehr ausdruckvoller Wärme, die Demut, die Gnade, das Glück, das Gefühl, allein wenn ich daran denke, das strömt meinen ganzen Körper unfassbar, so geht es halt am ganzen Körper. Nach der ersten Jesuserscheinung, die war kurz nach meiner ersten Erfahrung oder meiner ersten Reptoerscheinung, die ich sehen habe dürfen, hat es keine Woche oder zehn Tage gedauert, wo ich dann eben die zweite Jesuserscheinung miterleben habe dürfen. Das heißt, alles, das ganze Spektrum von, was hier los ist. Es hat sich innerhalb kürzester Zeit, das war so ein Crashkurs in Sachen Einschulung in die geistige Welt und was alles gibt, was alles um uns herum passiert, warum alles passiert und so weiter und so fort. Ich bin zwischenzeitlich, ich habe dem ganzen nicht folgen können, so schnell ist das gegangen. Auch aus dem Grund, weil das Kopfbrennen ja immer noch leicht aufgeflackert ist und das war so ein bisschen die Diskrepanz an dem weltlichen, körperlichen Festhalten oder eben wirklich meine Hände komplett in die geistige Welt zu legen. Also was diese Vorgeschichte angeht und dann jetzt zur Öffnung führte, du hast ja da eine Zeit gebraucht, um das hier zu verarbeiten. Du hast das in einem Buch verarbeitet und das schon mal in die, ich verrate euch jetzt auch den Titel, Einer der Zwölf und wer an Jesus denkt, weiß, dass damit die Apostel gemeint sind oder die Jünger, wie würdest du es nennen? Die Freunde. Die Freunde. Seine Weggefährten vielleicht. Also das ist aus deiner Geschichte entstanden. Dieses Buch ist sozusagen die Botschaft und ich würde gerne da jetzt mal so richtig schön einsteigen, weil Stichwort ist ja Jesus. Wenn du ihn so wahrgenommen hast, war das wie für dich wie so eine Einladung, so eine Einweihung, Offenbarung, Erleuchtung? Wie würdest du das bezeichnen? Es war so ein wenig der Wink mit dem Zaunfall, um quasi wirklich dem Geistigen voll und ganz zu vertrauen und dem Ganzen oder allen, das ich erfahren durfte über Eingebungen, über Impulse, teilweise über Bilder, das ist wirklich real und das entspringt irgendwelchen Gehirngespinsten oder wie man so schön sagt, sondern dass wirklich alles real ist. Dass alles, was mir mitgeteilt wurde, speziell in dieser Zeit und zum Teil auch vorher, vorher habe ich es nie wirklich zuordnen, zuordnen können, dass das wirklich real ist, dass das alles zutrifft, so wie es ist und dass es gut ist, so wie es ist. Also einer der zwölf in deinem Buch, ich habe ja da auch gelesen, ich würde gerne gleich mit dem Hammer kommen und da habe ich auch erst mal geschluckt, du hast später dann erfahren, wer du wirklich bist oder warst und zwar Judas. So ist es. Also Judas, ich habe gegoogelt, um unsere Zuschauer kurz aufzuklären im Geschichtskurs, der war ja nun der, der eigentlich Jesus dann verraten hat, richtig? Kann man das so sagen? Ja, das ist die Darstellung der römisch-katholischen Kirche. Ah. Das soll das Bild widerspiegeln des Schuldigen. Genau. Und uns quasi immer in der Schuld und der Abbiete, um das Bild oder um dem Bild Ausdruck zu verleihen und dafür ist die Geschichte mit Judas erzählt worden, was aber in keinster Weise mit der Wahrheit zu tun hat. Also in einem Land, also in Deutschland zum Beispiel, ist dieser Name verboten. Also er wird nicht an die Kinder vergeben von den deutschen Standesämtern. Das wusste ich auch nicht. So wie Satan und so Begriffe ist verboten. Aber wenn jemand sagt, ich war Judas oder bin Judas in meinem Kern, dann ist das schon sehr mutig, finde ich, oder? Und was ist die Botschaft von Judas jetzt persönlich? Die Botschaft, Judas steht für unvoreingenommene Freundschaft, war, so wie ich die Geschichte erfahren habe dürfen, aus höheren Sphären, einer der, nicht der, aber einer der besten Freunde. Eben aus dem Grund hat er damals oder ich in meinem früheren Dasein die Aufgabe bekommen, Jesus zu übergeben. Weil aus dem aramäischen Paradonai, ich bin mir zu 90% sicher, aber mit Hebräischen und so weiter bin ich nicht voll, wie sagt man, voll im Bilde, aber das Wort Paradonai, das wird mit Verraten übersetzt, aber genauso mit Übergeben, Überantworten. Und in der Bibel immer im Zusammenhang oder mit Schriften der römisch-katholischen Kirche, immer im Zusammenhang mit Judas wird es in Verbindung gebracht mit Verraten. Und die anderen 20 oder 25 Mal, als dieses Wort verwendet wurde, immer mit Übergeben, Überantworten. Und Judas steht in dem Fall für Freundschaft, für unvoreingenommene Freundschaft und ich weiß, dass ich damals schon zu Beginn mir etwas schwer getan habe und klar, in einer materiellen Welt wie dieser mit gewissen, wie sagt man, Eifersüchte allein zu kämpfen gehabt habe, weil im Kreise der Zwölf ist man ja einer der Zwölf und nicht nur der einzige Freund, von dem her Aber er hat ja dann die Silberstücke zurückgegeben. Er hat ja dann auch Reue gezeigt, laut Geschichte, laut Bibel. Laut Geschichte, also ich kann jetzt nicht genau jedes Detail nennen, was ich aber weiß, ist, wäre es wirklich um die Silberlinge gegangen und wäre Judas damals mit der Kasse als Kassier hätte sich längst aus dem Staub gemacht. Also die Geschichte zu erwähnen, aufgrund von ein paar Silberlingen ist einen Hahn herbeigezogen und stimmt. Aber das zeigt ja im Grunde, wie die Dinge eben so verändert wurden. Zum Wohle der Schreiber. Und zum Wohle der Herrscher. Die haben sie ja beauftragt. So ist es. Aber also Hieronymus, der Bibelgelehrter von damals, der beauftragt worden ist von Damassus I., die Bibel zu verschriftlichen, ist ja im Diskurs gewesen, im schriftlichen Diskurs mit dem Papst und hat in über tausend Briefen ja sich ausgetauscht und dabei wurde mitgeteilt, was genau in der Bibel stehen darf und nicht. Also meines Erachtens sind 70 Prozent erstunken und erlogen und 30 Prozent sind verdreht. Und trotzdem stimmt wieder die Essenz, ein Teil davon. Aber vielleicht gibt es ja auch die zwölf Apostel gar nicht, ist auch nur ein Hirngespenst, oder? Naja, das... Wenn die das erfunden haben, vieles. Das bezweifle ich, weil es gibt nämlich in vielen gnostischen Schriften und das war sehr schön bei mir. Also ich habe immer wieder Inputs, Eingebungen, Bilder erhalten und habe dann kurze Zeit darauf, bin ich geführt worden zu irgendeinem Text irgendwo, wo ich schwarz auf weiß die Bestätigung bekomme. Und das nennt man dann Synchronicitäten und das war teilweise unvorstellbar, weil ich bin selten auf die Suche gegangen nach, wie damals, bis die Sophia, eines der wichtigsten gnostischen Schriften, weil ich habe fünf oder sechst Seiten, soweit ich weiß, sondern bin direkt auf zum Beispiel ein Zitat geführt worden. Und das Zitat spricht davon, dass die Zwölf genauso wie Jesus nicht von dieser Welt sind und dass die Kräfte im Lichtsatz diesen Zwölf vor der Welt gegeben wurden, um die Welt aus den Fängen der Erkonten zu retten. Und die Bistis Sophia schreibt noch über die Erkonten und so weiter und so fort. Was sind die mit deinen Worten? Ich beschreibe es im Buch so ähnlich wie bei Herr der Ringe Naskul, so wie die schwarzen Reiter, so ein schwarzer Schotten ohne Gesicht, aber sehr, sehr mächtig. Also die nehmenden Reptiloiden, die zwei Herrscher aus der vierten Dimension, die über uns wachen und uns alle vom zukünftigen Abstieg oder Abstieg, Aufstieg, besser gesagt, abhalten wollen. Also wenn du der Judas warst und einer von den zwölf, was war denn, was ist denn der Hauptauftrag der zwölf? Also die haben ja alle so eigene Eigenschaften auch, ne, eigene, ja, Eigenschaften kann man doch sagen, oder? Also dein steht für Schuld, dass es keine Schuld gibt. Die römisch-katholische Kirche hat versucht, jedem Charakter ein Bild zu geben, dass wieder die Geschichte so verkauft wird, um uns quasi immer als den Sünder, den Bösen, der es nicht verdient hat, im Glück, in der Liebe zu sein, darzustellen. Und meines Erachtens primär geht es bei den zwölf von damals, erstens sind sie eingeschult worden von Jesus, um am Ende ihrer Entwicklungszeit, also am Ende dieses Entwicklungszeitalters, voranzugehen, um dann, wie im Henoch-Buch beschrieben, einer der größten Propheten überhaupt, die 144.000 echten Menschen, oder wie von Sananda als Indigo bezeichnet, zu führen und dem Schlepptau dieser zwölf und 144.000 die Menschen in die fünfte Dimension führen. Erstens und zweitens als Wächter des Christensbewusstseins. Das bedeutet, wenn diese Archonten und die ganzen Dunkelwesen, wie auch immer man sie jetzt mal nennt, in der vierten Dimension herrschen oder sitzen und die Kontrolle auf die dritte haben, dann müssen wir ja durch die vierte durch, um zur fünften zu gelangen. Heißt das, wir müssen jetzt nochmal richtig laut deiner Erfahrung jetzt durch die Suppe? Naja, man merkt es im Außen momentan. Für viele ist das gegenwärtig schon schlimm. Also für mich ist es nicht einmal die Vorschule vom Kindergarten. Es werden Umwälzungen und Sachen passieren. Man kann sich das nicht annähernd vorstellen. Aber nur aus dem Grund, weil es Gott mit uns so gut meint. Weil er will möglichst viele seiner Kinder, wenn man es so nennen darf, mitnehmen und die Möglichkeit des Aufstiegs gewähren. Und da aber die meisten von uns so an dieses Sein in dieser Welt gebunden sind, mit all den Annehmlichkeiten, fällt es dem Menschen so schwer hinzuschauen. So wie dir damals. So ist es, genauso wie mir damals. Und deshalb müssen die Schmerzen bis ins Unerträgliche gehen, um zu erkennen, dass wir nicht dieser Körper sind, sondern nur ein Geistwesen, das in diesem Körper die Erfahrung sammelt. Das heißt, das Thema Schuld hast du in dir getragen, schon von klein auf, dieses ist, ich verdiene ja eigentlich gar nicht gesund zu sein, ich verdiene ja gar nicht, also ich muss, ich muss ja für irgendwas schuldig sein, kann das sein? Und deswegen hast du dir tausend Wehwehchen erschaffen, um das Thema Schuld von allen Seiten zu durchlaufen. Vielleicht auch, ja. Und ich habe mir die letzten Tage diesbezüglich auch Gedanken gemacht und das ist wirklich, was den Charakter dieses Judas inne wohnt. Also das ist, ich habe es quasi nicht verdient, in dieser Fülle zu sein. Ich habe es nicht verdient, meinem Sein nachzugehen. Und ich habe es eine Zeit lang auch gebraucht, um vom Zeitpunkt dieser Erscheinungen bis jetzt immer mit dem Auftrag, den Menschen zu zeigen, wer ich bin, jetzt wirklich den Menschen zu zeigen, wer ich bin. Eben vermutlich auch aus dem Schuld, du hast es nicht verdient, das Gute, das Schöne und so weiter, was immer wieder mich so festhält an dem, an diesem Charakter, an diesem, wie soll man sagen? Vielleicht auch Archetyp? Nee. Archetyp, da schwingt so das Ach unten mit und Ach unten sind die, na gut. sind die Herrscher neben den Reptos und... Also, jetzt haben wir den Punkt, wir gehen jetzt in die vierte Dimension, der Aufstieg, das Erwachen, wie es viele nennen, würdest du das unterschreiben und bestätigen, dass es darum geht? Und wenn wir das tun, wer geht denn mit und wer nicht? Oder gehen wir alle? Von Erwachen sind 99 Prozent einmal meilenweit davon entfernt, weil wenn ich erwacht bin, dann weiß ich, wer ich bin. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann werde ich kein Fleisch essen, weil dann weiß ich, dass in den Tieren unsere Brüder und unsere Schwestern inkarniert sind. Und 99 Prozent der Menschen, die gegenwärtig behaupten, erwacht zu sein, sind mehr oder weniger im Kreislauf des Aufwachens, für mich die Vorstufe zu dem Erwachen, gefangen. Und merken selber nicht einmal, dass sie da wie in einem Hamsterrad sich nur im Kreis drehen, im Kreis drehen und im Endeffekt nur auf der Couch sitzen, abwarten, in der Hoffnung, es wird alles für sie gemacht. Und... Mit diesem Irrglaube und Irrlernen, an dem aus der vierten Dimension sehr stark gearbeitet wird, um diesen Gedanken in den Menschen zu verankern, werden auch nur sehr, sehr wenige Stand heute, ich habe es im Buch beschrieben, nicht einmal 0,1 Prozent dabei sein. Was aber nichts Schlimmes oder Dramatisches ist, das klingt vielleicht im ersten Moment so, dann soll es aber für diese Seele, schlussendlich sind wir Bewusstsein, aber dann ist es für diese Seele noch nicht so weit. So, dann kommt sie irgendwann auf eine andere Sicht zur Verfügung stellende Erde und lebt dann dort ihren Inkarnationskreislauf oder ihre Entwicklungsphase weiter. Das heißt, wir bleiben trotzdem hier, aber wir nehmen die anderen gar nicht mehr in unserem Spektrum wahr, sie sind gar nicht mehr präsent. Das heißt, es wird eine kleinere Gruppe von Mensch sein, das Gefühl haben, sie sind alleine auf dieser Erde, dabei ist es nur eine andere Dimension am selben Platz. Wie das genau dann schlussendlich vonstatten geht, kann ich nicht zu 100 Prozent benennen. Was ich weiß, ist, dass die Erde an sich aussteigt. Die Erde als beseeltes Geistwesen steigt jetzt auf. Im Zusammenhang oder beim Pulsgeber die Sonne. Das merkt man zum Beispiel auch an der Schumannfrequenz, die Frequenzen, die gemessen werden, oder an der Sonne mit den Sonnenstürmen, das kann man sogar an der NASA ablesen. Also es gibt wirklich Belege für diesen Anstieg der Energien auf dieser Erde. Also ich kenne das ja, wenn man zum Beispiel jemanden verlässt oder eine Trennung hat oder jemand stirbt, so ist es ja eigentlich auch. Wenn man jemanden nie wieder sieht, ist ja auch weg irgendwie. Man hört nichts mehr, man sieht nichts mehr, als wäre der Mensch vom Erdboden verschluckt. Das heißt, ich bin ja schon in einer völlig neuen Ebene, weil neue Menschen kommen und alte aus der Vergangenheit vielleicht weg sind. Ich stelle mir das dann immer so vor. Die Schönheit, die uns erwartet, ist schwer in Worte zu fassen. Ich habe 2020, das war da mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, es soll so sein, meine Kopfschmerzen, das hat alles einen Grund, das ist okay. Und Gott alleine entscheidet, wie lange ich mit diesen Schmerzen noch umzugehen habe. Habe ich Bilder erhalten, habe ich das erste Mal als Eingebungen, Bilder erhalten, wie es dort aussieht, wo wir hingehen. Und das ist, ich beschreibe es ab und zu, wenn ich mit jemandem, ich traue mich nicht sehr oft, aber manchmal wirklich so weit übers Fenster hinaus, um jemanden oder um in gewisse Tiefen zu gehen bei Gesprächen. Aber das Garten Eden 2.0 bringt es nicht annähernd auf den Punkt, weil der Weg nach oben ist der Weg nach Hause. Der Weg nach Hause ist der Weg zu Gott. Gott ist die Liebe und die Wahrheit und das Alleins. Und umso höher wir kommen, umso, ach, es ist schwer in Worte zu fassen. Kommen die Archonten und wie sie alle heißen, so wie du sie nennst, mit nach oben? Oder gibt es eine Ebene, wo sie ab da nicht mehr mitkommen und deswegen jetzt alles tun, damit wir schön hierbleiben? Nein, kommen wir nicht mit. Sind in erster Linie dafür da? Als Wächter? Kann man sagen, die sortieren eigentlich aus, wer aufsteigen kann und wer nicht? Na, schlussendlich obliegt das nur Gott. Es gibt nur Gott, der entscheidet. Und Gott hat entschieden, dass es genauso die Archonten und die Dunkelwissen gibt. Und zwar aber nur aus dem Grund, um uns quasi die einfachste Prüfung in seinen Augen abzunehmen. Und zwar zu erkennen, dass es Gut und Böse gibt. Und das Böse nur dafür da ist, um zu erkennen, dass es das Gute gibt. Und sich dann aus freien Stücken für das Gute, für das Licht entscheiden. Was ist das Böse mit deinen Worten? Das Böse mit meinen Worten. Wie fühlt sich das für dich an? Herzlose, charakterlose, Menschen ohne Rückgrat, das fehlende Miteinander. Die Wärme, der fehlende Zusammenhalt, das fehlende Miteinander. Also ein Spiegelbild des Miteinanders, der gegenwärtigen Zeit. Will das Böse auch, will das eigentlich auch erwachen? Sucht das nicht auch irgendwo nur Erlösung und Liebe? Oder haben die das wirklich nicht? Diese Wesen? Na, sie haben es nicht in sich. Also das ist ja mehr oder weniger die schlimmste Strafe, die man haben kann, weil man von dem Göttlichen abgetrennt ist. Aber ist denn alles abgetrennt oder können die auch zurück? Möglich wäre es. Möglich wäre es. Nur für das Dunkle, ohne Seele, also ohne die göttliche Energie, als Anbindung zu erkennen, dass sie das Böse sind. Das geht nicht. Sie meinen es ja alle gut. Naja, aber jeder meint, der meint es gut, in irgendeiner Form, in seiner Ausrichtung. Naja, es gibt viele Menschen, die das so verkaufen und dann schlussendlich, wenn man mit ihnen ein Gespräch sucht über Gott, über unsere Schöpfung, über unser Miteinander, dann merkt man sehr schnell, dass wir weit entfernt sind von diesem Göttlichen, von diesem Warmen, von diesem All-Eins. Und erstens und zweitens von der Wahrheit. Also in vielen Gesprächen merkt man, wenn man wirklich über das Relevante oder das gegenwärtig Relevante spricht, die Menschen anspricht, das funktioniert, das funktioniert nicht und so weiter und so fort, probieren viele Menschen, dieses Gespräch gleich im Keim zu ersticken. Und allein an dieser... Was ist das Relevante für dich? Wann ist dieser Moment, wo die Menschen, wo du merkst in den Gesprächen, jetzt hakt's? Wann ist dieser Moment? Was ist dieses Relevante, wenn du das ansprichst? Wenn du Gott ansprichst oder... Also hauptsächlich spirituelle Themen. Gott, unsere Heimat, unser wahres Sein, die Essenz, die Liebe, die Nähe, die Menschen haben zum Beispiel verlernt, was Liebe ist. Menschen glauben heutzutage, wieder ausgehend von den dunklen Herrschern, dass schmierige, schleimige, wohlwollende Worte irgendwas mit Liebe zu tun hat. So wie aus gewissen Kreisen, ohne jetzt an irgendwelche Worte zu nennen. Alles ist schön, du brauchst dich nur zurücklehnen, alles wird für dich gemacht. Alles ist voller Liebe. Das stimmt einfach nicht. Wenn man Jesus als Sohn Gottes betrachtet, er war es, der damals den Finger in die Wunde gelegt hat, der auf den Tisch kam, der Pharisäer aus dem Reich seines Vaters aus dem Tempel damals hinausgeworfen hat, der was angeeckt hat an allen Ecken und Enden, überall. Und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist die Liebe und die Liebe ist Gott. Und nur wer mit der Wahrheit, mit der Essenz, der Richtigkeit der Worte umgehen kann, ist auf dem besten Weg, der Liebe zu folgen und in weiterer Folge Gott zu erkennen. Du bezeichnest ja, also danke erstmal für die Ausführung gerade, du bezeichnest ja deinen Weg auch vom Geistwesen zum Lichtwesen. Also was ist Geistwesen, was Lichtwesen und was bist du jetzt? Das waren drei Fragen in einem. Wow. Der erste ist, was ist Geist, zweitens Licht und drittens, was bist du? Also wir sind Geistwesen in einem Körper, mit einer Seele. Wir alle. Na ja, alles ist Geistwesen. Reptiloide genauso, die den menschlichen Körper benutzen, um Zugriff zu haben auf diese Erde. Lichtwesen sind mehr oder weniger die 144.000, von denen damals Henoch schon gesprochen war. Das sind die viele, meines Wissens schon alle, die sich freiwillig dazu erklärt haben, wieder hier zu inkarnieren, um dem Geistwesen den Weg zu weisen, und zwar den Weg nach oben. Die haben die ganze Entwicklung schon hinter sich, und zwar die Entwicklung, die haben das Böse erkannt, die haben sich freiwillig für die Liebe entschieden, die haben die ganzen Annehmlichkeiten, die ganzen dämonischen Kräfte wie Zorn, Hass, alles überwunden. Die 144.000 sind meines Wissens alle über mindestens 1500 Mal inkarniert auf dieser Erde und haben sich im Freiwillig erklärt, zurückzukommen, aufgrund ihrer Entwicklung, aufgrund ihrer Erfahrung, den Menschen den Weg zu weisen, damit möglichst viele Geistwesen den Weg nach oben mitgehen können. Weißt du schon, kennst du viele davon, hast du viele schon erkannt, entlarvt, oder wie man es nennt, oder gibt es auch ganz viele, die es gar nicht wissen, dass sie es sind? Die meisten wissen nichts von ihrem Glück, wenn man das so nennen will. Glück einerseits in dem Wissen, dass sie die Entwicklung bereits hinter sich gebracht haben, pech andererseits, weil als lichtvolles Wesen in dieser Welt ist es natürlich schwer, sehr schwer, weil es wird einem durchgehend Stein in den Weg gelegt. ja, man eckt überall an. Das ist, als lichtvolles Wesen in einer Welt herumkleidet, ist es einfach schwer. Wie fühlt sich das denn an für dich, wenn du heute so durch die Welt läufst? Mit dem Wissen, was du hast. Hat sich irgendwas zu früher geändert? Da bist du vielleicht von Symptom zu Symptom. Aber wie fühlt es sich jetzt für dich an, mit dem Wissen, was du hast, und dann auf die Menschen zu stoßen, die sagen, Gott, der spinnt? Schwierig. Also man zieht sich zurück. Ich habe das auch gemerkt, dass an der Inkarnation im vorherigen Leben, mit gewissen Gaben, die man bekommen hat von oben, man zieht sich zurück, man igelt sich irgendwie ein, weil es schwer ist, wenn man wirklich alles wahrnimmt, man erkennt Menschen im Gespräch, die sagen, alles war super und toll und hin und her, ich weiß aber sofort, dass es so nicht gemeint ist. Und zum Teil erkenne ich es in die Augen, wobei schon, oder wobei mir wichtig ist zu erwähnen, dass ich meinen Entwicklungsprozess zu diesem Lichtwesen noch nicht abgeschlossen habe, weil etwas Höheres, in dem Fall Gott will. Kann man sagen, dass das eigentlich alles so Symptome sind, die, wenn du sagst, naja, es ist nicht einfach und man ist so übersensibel, man reagiert auf alles plötzlich so irritiert teilweise. Andere würden jetzt sagen, das sind alte Traumen, die hochkommen und reagieren immer noch. Aber egal, wie man es nennt, Fakt ist, wir werden hier alle durchgeschüttelt, aber es sind für die Spirituellen ja auch Symptome des Aufstiegs, die sagen, hier wird richtig was geklärt in deinem System, du wirst immer bewusster und ja, und andere, denen ist es eigentlich wurscht. Aber kann man nicht sagen, dass wir alle da durch müssen? Früher oder später schon, aber genau da liegt ja die Krux verkramen, weil die Menschen nicht bereit sind für die Wahrheit, werden die Allermeisten nicht diesen Schritt gehen können, weil Worte, ja, Worte sind oftmals leere Versprechungen und 99 Prozent aus der spirituellen Welt, zumindest mit denjenigen, mit denen Imi in den letzten zwei Jahren beschäftigt hat, die meiden das Thema des Teufels, der Erkonten, der Reptors wie der Teufel, das Weihweißer. Und es ist Fakt, dass es Böse und Gut gibt, und zwar aus dem Grund, um uns den Schritt zu dem Lichtvollen, zu dem Göttlichen zu erleichtern. Das ist quasi die Grundausbildung hier auf dieser Erde in der tiefsten Materie, die Grundausbildung zu durchlaufen. Also wenn wir diese Grundausbildung durchlaufen, gibt es ja natürlich in dem Sinne auch, also wenn du sagst, es wird immer leichter, je weiter wir erwachen, aber ich denke so, es wird vielleicht jetzt auch nochmal erst schwieriger, also… Naja, leichter, so sehe ich das nicht, deswegen wird es ja jetzt immer brutaler werden. Von außen? Außen. Also um nochmal ganz kurz die vordere Frage nochmal vollends zu beenden, von der Entwicklung her, Gott will ja Wesen, auf die er sich zu 100 Prozent verlassen kann. So und nur, wer erkannt hat, dass es das Böse wirklich gibt, nur auf solche kann er sich vollends verlassen. Und nur diejenigen, auf die er sich vollends verlassen kann, werden diesen Schritt in diese fünfte Dimension mitgehen. Und für alle anderen geht die Entwicklungsreise weiter. Hat das ein bisschen damit zu tun, dass wir irgendwie darauf, also ich entnehme das jetzt deinen Worten, so verstehe ich es, dass wir der Realität einfach ins Auge gucken müssen. Also einerseits schon uns öffnen, aber trotzdem der Realität, wie es wirklich ist, auch öffnen müssen. Und das wäre für viele in ihrer Blase erschütternd. So ist es. Erstens das und zweitens, weil die Realität ein Teil der Wahrheit ist. Und die Wahrheit führt uns ja meistens zu uns selber und zu den Traumen, zu den versteckten Eigenschaften, zu Fehlern. Und da muss man sich mit sich selber beschäftigen. Verantwortung übernehmen für sein Tun. Und deshalb blockieren viele Menschen oder blockieren schon vorher, um quasi nicht diesen Schmerz zu fühlen, um nicht die Verantwortung für vieles in ihrem Leben übernehmen zu müssen. Also für wen ist dieses tolle Buch, die Wege des Herrn sind unergründlich? Ich entnehme jetzt nach diesem Gespräch deinen Worten, dass das eine Story ist, a deine persönliche. Du zeigst dich damit. Und ist das jetzt für Menschen, die wirklich die Gründe oder die Vorgänge in der Gegenwart verstehen wollen? Kann man das so sagen? Du durchleuchtest jede Ebene? Jede Ebene, aber sehr viel davon. Ich probiere den Menschen in sehr einfachen Worten zu beschreiben, auf was es ankommt. Mit Hilfe meiner Erfahrungen zu untermauern, zu zeigen, was es alles gibt. Wo wir hier leben, was die Wahrheit ist, dass Gott alles Entscheidende ist, um auf dieser Reise nach oben mitgehen zu dürfen. Und dass die Menschen in mir einen Ansprechpartner haben, der ihnen hilft bei dieser Heilung, bei dieser Suche nach der Wahrheit. Wo kriege ich denn das Buch? Beim Welt im Wandel-Shop. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt von deiner Offenheit, wie du darüber sprichst. Ich glaube, es hat dich auch eine ganz schön lange Zeit gefordert, um das überhaupt zu tun und um mit so einer Botschaft auch in die Welt zu gehen und auch mit den Reaktionen, die da kommen, umgehen zu lernen. Definitiv. Ich schreibe im Buch darüber, ich war viel zu lange passiv, abwortend, einer derjenigen, so in der Couch sitzend, schon wissend über meine Stärke und meine Fähigkeiten, aber mit dem Abworten passiert gar nichts. Die geistige Welt will, dass wir aktiv werden, dass wir uns aktiv um Heilung bemühen, aktiv die Fähigkeiten leben, weil die Fähigkeiten der geistigen Welt sollen ja nicht umsonst sein. Die sollen ja oder wurden ja uns gegeben, um unseren Mitmenschen zu helfen, um diesen Weg zu erleichtern. Das heißt, du machst Mut, geht den Symptomen auf den Grund, forscht an euch selbst, probiert es aus, nehmt nicht alles für selbstverständlich und gegeben hin, hinterfragt die Dinge und geht immer, immer weiter, bis ihr die Antwort habt, die ihr braucht oder die euch befreit. Erstens und zweitens das Tor, Gott oder den Begriff Gott, einen Raum zu geben und nicht vorab schauen, weil es heute Gott, Kirche, irgendjemanden, um kurz ein Beispiel zu nennen, gar nicht lange her, vor zwei Monaten mit einer ehemals guten Bekannten ein Gespräch geführt und dann auch über meine Aufgaben, habe mich dann Gott sei Dank zurückgehalten, weil wenn ich jemanden irgendwie so auf den Kopf zuwerfe, ich bin da, um den Menschen in der Heilung zu helfen, so dann, so quasi geht es dir noch gut, habe ich Gott sei Dank nicht getan, aber das Gespräch ist schon sehr spirituell geworden, zumindest von meiner Seite aus und die Antwort war dann, ob ich dann quasi regelmäßig in die Kirche gehe. Und das spiegelt vieles von dem vermeintlich erwachten Menschen dieser Zeit wieder. Also Kirche hat mit Gott, mit unserem wahren Zuhause, mit Spiritualität überhaupt nichts zu tun und auch das gilt es zu erkennen und vor allem erlauben, es zuzulassen. Was ist deine Empfehlung für die bevorstehende Zeit? So drei, vier Sachen. Meine Empfehlung für die bevorstehende Zeit? Erstens mit allem rechnen. Das sage ich jetzt nicht, um jemandem Angst zu machen, sondern die Wahrheit wird euch freimachen. Das hat damals schon Jesus gewusst und es ist ganz, ganz wichtig, der Realität wirklich ins Auge zu sehen. Also die Wahrheit zulassen im Wissen, dass viel Schreckliches passieren wird, aber all das, was passieren wird, nur zu unserem Besten passiert. Es dient alles nur unserer Entwicklung. Alles ist gut gemeint, egal wie schlimm es wird. Aber viele haben eben Angst vorm Tod. Weil sie sich mit ihrem Körper identifizieren. Das ist ja das Problem. Eben wieder die römisch-katholische Kirche. Der Körper, weil die römisch-katholische Kirche hat ja selber die Reinkarnationslehre erklärt, bis ins, meines Wissens, 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus und hat dann aus irgendwelchen Gründen die aus ihrer Lehre rausgestrichen, um das Bild des Körpers, des Schuldigen zu kräftigen. Naja, bei dir ist es ja auch so gegangen. Hier 100 Seiten deiner Geschichte, wie stark man mit dem Körper identifiziert sein kann mit seinen Symptomen und Wehwehchen und der Suche nach einer Lösung im Außen und Schritt für Schritt nach innen zu kommen. Ja, Christoph, also dein Weg war offensichtlich ja nicht umsonst, denn sonst wärst du heute auch nicht hier. Und unsere Zuschauer, die sich in dir und deiner Geschichte wieder erkennen, die können dich ja suchen und ich hoffe, sie werden dich finden, damit du ihnen auch da weiterhelfen kannst, damit sie auch wirklich über ihre eigenen Themen hinwegkommen. Ja, du bist offensichtlich wirklich zurückgekommen, um zu helfen. Es scheint so, es scheint so. Danke für das nette Gespräch und Ja, ich danke dir. Dass wir uns in der Welt wiedersehen. Danke. Ja, danke, danke, danke. Ja, und ihr seht, wir wachsen immer wieder über unseren Tellerrand hinaus. Schön, dass es euch gibt und ja, bis bald. Alles, alles Liebe. Deine, ich danke dir. Anschöhn, dass es euch gleich wiedersehen. Ciao, dass euch, wie ich es weiß.